Tag Leute und willkommen zurück zu meinem 22. Part in der Champions League Manchester United und diesmal muss ich gewinnen und irgendwie noch in der Teamche was zu erreichen ich will mindestens Platz 2 werden höchstens 1 selbst klar aber naja die Gruppenphase die Gruppenphase ist Pflicht zu gewinnen ja nicht zu gewinnen aber weiterzukommen mindestens das Loni Carrey auch schon glücklich ist es für die Schmerzen bei Moritz geht doch die Ex-Mann Schuss im Klinik wenigstens mal sind wenigstens okay die ich Pato Freistaus schaden die Kälte Köln und dort passt wie die ich ab Komporto Porto Porto den Osten Arnie ich war der Schale jetzt erkennt von der Saar dieses Mal nicht von der Fahrt wie ich im Spiel so im Hinspiel davon erzählt habe das ist von der Fahrt wir im Torsten okay aber jetzt ist es von der alle im März ich war um die lustigen Kopf Valencia oder Andersson zu der Wartoff Verlierer war die Woll die 3 Uhr mit der Wartoff Fabio hier ist so Biniow Antti Antonini auch Schade Jan Kloski passt zu Pilo Pilo zu Seedorf Seedorf mit einer Flanke in die Mitte da wo aber keiner ist Schaden Arnie die Art der gewinnt die Wolle das gleich zu der Wartoff der Wartoff verliert den Kopf Paul du wirst was ich meine Aachen ich verdriebe es nicht zu oft Andersson wenigstens geht bis sie besser voran vergleichbar diesen Tag mit dem anderen um also es geht wenigstens bis sie besser voran und entschieden der hier okay für mich gegen mit sie wird es nur nicht nur okay schluss 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 irgendwie noch zu schießen schluss schluss die erste Minute schluss Kari Jan Kulowski zum Brotort zu Porto ach es war schluss halbzeit Schaden okay es soll in die Pause gehen und es geht auch gleich wieder weiter oh oh ja Ibrahimovic Pielo Seedorf Pielo Pato Pato schluss Schöner Schuss von der Sassen im Tor aber er bereinigt gut muss man sagen ich hoffe ich war die letzten Parts nicht so leise naja aber okay anders und oh schluss 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 ich kann kein deutsch mehr schießt Lurie in den Armen Valencia und Dominio ich habe sie gesehen Ferdinand Ferdinand Schnell ich habe sie schluss schluss er war drauf okay es wird es nicht wenigstens besser als in den anderen Parts oder er 1 1 und verschämt und verschämt das wir kommen jetzt rein ohne den natürlich jetzt kommen oder den Jungs kommst du 9 noch 5 14 18 in die Minuten wenn man das nennen sollte zum Brotow von der Linie kommt die von Moritz kommt Antonin so nacht ho von ihr schon wieder in der Champions League ich bin der Fisch in die Gruppe Absorgen vergessen überhaupt schaff ich die Champions League sie fast auch schon was ich kann sie nicht schaffen würde und hollis 2 zu 0 nein das ist in der Play ja ich bin jetzt richtig defensiv muss man sagen anders so war von der Linie von der Linie von der Linie Pino A verstehe ich jetzt gar nicht so diese behindert spielen jetzt sind Fabio verdient okay kein Volk zum Glück Sam Brotow ganz schwach vergisst es ja die sind weiter unfassbar Org bald ist schon wieder ähm naja die Champions League äh naja die Hinrunde vorbei zum Glück hab ich bisschen Pause und naja dann beende ich schon mal hier den Partner und sage Ciao bis zum nächsten Mal auf